Für alle da draußen, die mich nicht kennen, macht euch bereit. Denn das wird sich bald ändern. Hey, ich sehe hier keine Polizei. Soll ich durchballern? Ich bin Kirk. Hey Leute, wie geht's euch an? Spritzen wir das direkt durch das Label. Ist das Wasser irgendwie mit Geschmack? Luftdicht. Ich mein wasserdicht. Wenn ihr nicht dokumentiert, was abgeht, existiert ja nicht. Das Mundgefühl hierbei? Von einer anderen Welt. Denkt immer dran, was wir hier erreichen wollen. Eine eigene Marke aufbauen. Bier, bier, bier! Feucht mir, Leute! Yeah! Wo fahren wir hin? Ich bring dich nach Hause. Das ist nicht der Weg zu mir nach Hause, Kurt. Oh, ach so. Nicht dein Zuhause. Mein Zuhause. Das ist nicht der Weg. Feucht mir, Leute! Yeah! Yeah! Woher haben wir hin?